Kieb Taktik! Kieb Taktik! Vorsicht! Kieb Taktik! 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 Das war's. Ich bin schon davor. Nicht meckern. Ich bin schon davor. Los, mal hinten oder vorwärts. Erstmal halt, da können die Jungs jetzt das Wasser auffüllen. Aber wenn wir vorgehen, haben wir am Foto. Dann sind wir gleich zu vieles. Da wird auch schon bei den Wiener aufgeschüttet. Dann kommt hier eigentlich völlig rein. Also ich stehe auch super eigentlich hier. Headshot. Tiefger und sau. Tiefger und sau. Tiefger und zwar wütend, ich bin heute. So. 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 Alle? Ja, hin da. Das kann einer machen hier vorne. Da kommen wir nach vorne oder müssen wir nicht? Was ist denn da vorne überhaupt? Wer ist denn im Garten hier, das Schiff? Ich stehe da nicht geradeaus zu hinten am Weiß. Der Schiff ist schlecht. 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 Der Schiff ist schlecht.